Warum brauchen wir denn jetzt einen Iktrasil zusammen? Wir haben doch, wir waren doch schon da. Ach so, weil das was anderes ist. Ich verstehe, wir gehen aber erstmal in den Schmelztypel. Mal gucken, ob wir die Challenges dahin bekommen. Mimir ist ganz schön sauer. Er hat uns beteiligt, um uns sympathisch zu sein, als ob skeptisch zu sein. Ich glaube nie, dass Kompassion eine Wege ist, aber er hat es sicher als eine benutzt. Mimir ist ganz schön sauer. Götter Asche klingt, als müssten wir ein Gotzu-Barbecue machen. Ja, aber welchen? Wir haben nicht so viel. Das ist nicht wie bei den Griechen. Wir haben nicht so viel mythologisches Barbecue-Material. Ich vermute nämlich eigentlich, dass wir jetzt hier die Mission deutlich besser hinbekommen sollten. Eine Vermutung, also zumindest die ersten. Die Herausforderungen sind nicht so viele. Sie sind nicht so viele, dass sie sich in den Augen kommen können. Gibt es diese Herausforderungen? Sie sind nicht so viele, dass sie sich in den Augen kommen. Jetzt kommen sie! Was? 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 Where? Yeah. I was gonna be over two years later... Huh? Not here, Jack. Oh! These things smell awful! Jack! Wo bist du? Ja, ich weiß. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, komm schon, Drecksack. Lass den. Ja, komm schon, Drecksack. Schau, da ist ein Schmälztiegel. Das war lustig. Dieses Ort ist ziemlich groß. Ich wundere, ob es andere Arenas gibt. Der den ersten Litern-Treffer durch das Zurücksetzen der Anzeige verhindert. Fanzier ein Warm-up, bevor ich deine Wahl mache. Wir beginnen. Schau! Losi! Guck, mal! Ja, ja! und weg mit dir ja ok ja 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 Suck! 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 Der ist gut. Nice! Second Chest! Ich glaube aber das war die einfachste Herausforderung. So, was heißt das jetzt? Welche Herausforderung wird es heute sein? Ist jetzt eine von den Dingern offen? Ja, eins der Runen ist weg. Gut, ich weiß natürlich nicht ob das wirklich notwendig ist beide Herausforderungen zu machen oder nur eine. Sind das jetzt immer die gleichen? Einmal makellos und einmal normal. Gegner holen sich blitzschnell von jeglichem Schaden, werfen sie Kugeln in den Weltenriss um ihn zu schließen bevor die Zeit abläuft. Und wegen hast du es gejinxed, weil du gesagt hast, jetzt kommen die schweren, die kaum zu schaffen sind? Naja, der Vorteil ist bei den beiden heißt es nicht, ich darf keinen Schaden nehmen. Dass keinen Schaden nehmen ist das, was mir immer Angst macht. Höhnt mal! Na, hier geht's! Hier geht's! Die Alpha! Die Alpha! Die Alpha! Die Alpha! Die Alpha! Die Alpha! Sie sind die Dasein! Offensichtlich muss ich die hier runterwerfen die ganze Zeit. Oh. 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 Nein, mein Freund. Nein, mein Freund. Ja, wie kriege ich das denn hin? Also, vorbei, Moment. Komm mal runter. Komm her. Ja. Ich muss dich mal kurz zum Heilen, okay? Ich hoffe, das ist okay für dich. Und tschüss. Ja, nein, mein Freund. Hallo! Oh Oh Whoa Boah Leck mich doch am Zücker liegen Das war jetzt anstrengend Jetzt weiß ich nur nicht Was ich mit den Kugeln reinwerfen Mal gucken Wir haben es geschafft Armschiene des Scheiterhaufens Erhöht die Schu... Okay, die Zuwachsrate Das kann praktisch sein Werfen sie Kugeln in den Weltenriss Um ihn zu schließen Was für Kugeln Kommen wir jetzt Ja Ne Ne Der soll Ach das Was ist das? Hier ist auch Was ist das? Hä? Ja, ja, ich bin weg. Ach, das sind mehrere Runden. Ach so. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Drecksack. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Okay. Okay. Ja, ich bin weg. 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 Ja. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ja. Ich bin weg. Ja, 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 ich bin weg. Aber die Muspelheim-Herausforderungen sind, glaube ich, bis jetzt angenehmer als in Teil 1. In Teil 1 waren die echt nicht gut. Was? Töten sie die Elite, während sie die Population unter dem Grenzwert halten. Was? Halten sie Gegner aus dem Ring heraus, bis die Zeit erfreut. Okay. Hast du jetzt ... ... ... ... ... ... ... Hei, 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 hei! Nicht dein Ernst. Das lief er jetzt mal so beschissen. Hä? Hä? Das war jetzt... Hä? Was eine Herausforderung. Ten out of ten. Das war jetzt erstaunlich einfach. Ja. Wahrscheinlich. Das kann sehr einfach sein oder sehr schwer. Das war jetzt. Ja, auf die nächste Welle vorbereiten, aber wo ist der Ring? Da. Ich habe jetzt zweiten Welle verarschen. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Ja. Ich habe jetzt einen Ball. Ja, als nicht. Ja. Ja. Komm schon. Auf die letzte Welle vorbereiten. Alter, ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Absolut nicht. Ich muss nur gucken, dass der Balken nicht voll wird, ne? Ja, ich weiß, irgendwo sind Gegner. Mann, hey! Mann, hey! Mann, hey! Watch your face! Behind you, look out! Behind you! Incoming! Oh, yes, sis! Woo! Okay. 10.000 EP. Mit denen ich gerade nicht so viel anfangen kann. Ich glaube, die Arena hat sich umgekehrt, ich glaube. Mal sehen, ob wir etwas ändern können. Ja, wir haben immer noch eine große Truhe, die wir öffnen können. Und aus der kommt wahrscheinlich ein Gegner. Weil, warum? Guck dir das hier an, das ist eine Arena. Das ist tausendprozentig eine Arena. Okay, Mr. Krabs kann ich nicht angreifen. Chaos, Flamme. Oh, was? Das Schmied war nicht da vorhin, war es? Nope. Und es zieht Energie von allen dreien. So, Otterboss, ich bin mal weg für heute. Wann ist der nächste Stream? Der nächste Stream ist Mittwoch. Da werde ich morgen aber mal eine Info rumschicken. Weil, wie gesagt, ich will Mittwoch was früher anfangen und was länger streamen. Das heißt, wir machen mindestens zwölf Stunden, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Ich muss aber morgen auf jeden Fall ein bisschen, ein paar Videos schneiden. Und Platz auf der Festplatte schaffen. Denn God of War Aufnahmen sind verdammt groß. Und, ja, YouTube was verlegen und so Geschichten. Genau, das heißt Mittwoch. Früher anfangen und später aufhören. Wie in der Arbeit. Exakt. Dabei finde ich das hier schöner als Arbeit. Also würdest du mir mein Geld, mein Gehalt zahlen und ich mache nur noch das hier. Ich wäre sofort dabei. Warum sind sie wirklich sehr vorsichtig? Du brauchst es? Ich habe es. Jetzt sind es ein bisschen wachsagen. Wachsagen. Wir haben wahrscheinlich nicht genug für die Rüstung, ne? Es fehlen genau 250. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, dann bis Mittwoch. Ich otte, bis Mittwoch. Und eine wunderbare gute Nacht, Axoim. Okay, dann zeigt er die trotzdem weiterhin an. Alles klärchen. Oh, das ist nicht alles. Vielleicht ist es ein Weg, um es zu schaden. Sollen wir die anderen Arenas wieder checken? Ja, das ist Stufe 2. Oh nein. Wir sehen sie mindestens 20 Gegner in der Zeitlimit. 1, 2, 3. Aber das sind doch nur... Das ist zu stellen. Los geht's! Wir können uns mitbekommen. Keimpa! huu! huu! Hu! 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 Oh So come on, make my point Und wieder auf, hier drauf 15 16 Ich habe das Gefühl, dass das knapp ist Ja, jetzt ist hier geschmolztes Metall Aber interessant, weil es hieß, die letzten sechs Herausforderungen, aber ich habe da nur drei Also Ja, muss ich ja, sonst geht die Tür nicht auf Damit können wir auf jeden Fall Ah, da ist die Klinge Schwelende Glut Aber es ist doch nicht nur die Rüstung, die wir Okay, jetzt ist die Klinge weg Nö Moment, da steht es doch Muspelheim Schmelztiegel Sieben von 15 Äh Ich habe keine Idee Wir werden auf jeden Fall erstmal unsere Rüstung fertig machen Oh, 20 Oh, 20 Äh, yes Und, äh, Level 9 Nice Now go, show it all Und für die Brustrüstung fehlt uns Eine Drachenklaue Eine Drachenklaue Und einmal schwelende Glut Wo in Dreiteufelsnamen gibt es noch eine Drachenklaue? Also irgendwo finden wir auf jeden Fall noch eine Drachenklaue Ich habe keine Ahnung wo Ah Und bevor wir das nicht haben, können wir eh nicht Stufe 9 werden Schade Steht die Überreste Glimmende Glut Ach, nein Ach, doch nicht Ich dachte, ich muss jetzt nach jeder Arena da nochmal das machen Alle neun Runen Eins Eins Zwei Zwei Ah, okay Das meinen die mit sechs Also hätte ich zum Öffnen der Truhe hier immer nur die erste Herausforderung machen müssen Seems so Was ist jetzt, was ist jetzt Aufgabe 3 Ich habe Angst Töten sie rasch Gegner, um den Timer zu erhöhen Oh, fuck In sowas bin ich ja richtig gut Nicht Watch your right Watch your left Watch your left No, I'm not alright No, I'm not alright Das war nicht das, was ich machen wollte Krasse, die Elfen Ein Wehrwolf Ein Wehrwolf Das sind solche Damage Sponges Da kannst du ewig drauf kloppen Die letzte natürlich Ich habe das Gefühl, normal auf dich drauf zu hauen Ist an sich besser, weil es mehr Schaden macht Die Anschluss Watch your right Huh? Sack, 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 sack. Einmal den Werber-Plus-Brett machen. Gibt das jetzt mehr Zeit als bei anderen Gegnern? Ja, gibt es. Gibt es. Gibt es. Gibt es. Gibt es. Gibt es. Das ist eine Metaphore. Ich glaube nicht. Gibt es. 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 Zwischen. Ausatmen! Oh, was ist das denn für Gegner-Kombination? Au! Blöde Elfen! Töte ihn, töte ihn! Lass das! Lass das! Ach so! Böscher noch dazu! Nö! Nö! Komm her! Warum jetzt noch ein Pöscher? Ruh! 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 Ha ha ha! Ruh! 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 Es worden gegräuwen! Might be a weekdome! Ruh! Schütte auf dich! Urfa, entlang! Biggerassi, urfa, entlang! Urfa, entlang! Warum? Zwei Gegner! Und warum hat der Gegner hier keinen Stunbalken? Urfa, entlang! Urfa, entlang! Urfa, entlang! Urfa, entlang! Ich seh nix! Grat, schade, Bruder! Ha? Urfa, entlang! Urfa, entlang! Urfa, entlang! One more to go! No! 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 Nein! Nein! Die Wand an! So knapp! Die Wand an! Ah! Not a stiff thing! Die Wand an! Die Wand an! Die Wand an! Die Wand an! Sie sind bei der Diabung! Schau mal, ein Bruder! Oh!!! Aua! Ah! Scheiße! Ich glaube, nach dem Pischer kommt noch einer, weil Hauptmann mittig ist, Pischer rechts, und dann würde noch links jemand kommen. Ja, es könnte tatsächlich sein. Aber es kann auch sein, dass es noch eine Herausforderung gibt, oben und dann unten nochmal eine, weil, keine Ahnung, vielleicht. Und es würde ja auch Sinn machen, wenn hier mehr als eine wäre. Ich war richtig. Hier kommt es! Sack! Incoming! Above you! Careful, fellas. You're covered in by force. Auf Seite ausweichen. Das war knapp. Auf your leg! Target down! Wow, 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 wow. Das macht Spaß. Irgendwie macht das gerade Spaß, weil es nicht unfair viele Gegner sind und auch nicht unfair starke Gegner. Das ist eigentlich nur eine Frage von Gefühl. Hier kommt's! Above you, watch out! Close! It's down! Suck! Oh! ich bin schon wieder nach hinten auf ja 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 das war doch das war einfach nur doof habe ich schon gedrückt habe ich schon gedrückt ich habe keine ahnung 510 war es ein bus hier ich bin ja Glück. Bin ich immun, wenn ich das mache. Ach, das war ein roter Angriff. Ich bin so alt. Ich habe doch gerade... Ich habe doch Schild gedrückt. Bei welcher Welle? Das ist keine Welle. Das ist... Wir haben die drei... Wir haben die drei Arenen... Also, pass auf. Wir haben die drei Arenen oben einmal komplett gecleared. Haben die beiden Arenen oben... links und Mitte noch einmal gecleared, dass wir drei haben. As far as I know. Weil hier fehlen noch zwei Runen. Das sind aber die Runen hier drauf, glaube ich. Vielleicht ist das auch schon die Endherausforderung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. eine Erkrankung. Und drei. Zack. Ich bin echt schlecht am Ausweichen. Na, das war's. Fuck. Fuggety, fuck, fuck. Hä? Ach, diese blöde Lichtwelle war's. Oh, stop. Ach so. Komm her, mein Freund. Jetzt ist die Lämis-Energie aufpumpen. Ich bin echt städt. Might be a weak point Pfft Okay, einen Versuch machen wir noch Äh, und dann Machen wir, äh, wenn's nicht klappt, äh, das produktive Mal Ich war bereit Rieger 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 Der Rieger 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 Nein, nein, nein. 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 Ist das ein Kack? Eigentlich... Eigentlich, man muss... Man muss nur fehlerfrei spielen. Ach, einmal noch. Wirklich das letzte Mal. Sounds vile. I was right. Here it comes! Incoming! Above you! Behind you! Behind you, brother! Weimar. 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 das ja 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 Zufrö Ach, du blöder Drecksack Ja, mach die Krähe, mach die Krähe Das ist doch was Das ist doch sauer und ohne seinen Ring Dann bekommst du doch locker verdrisch Los, du schaffst das Ja, ich glaub nicht, dass er nachdenkt Der haut nur nicht so oft drauf Ah, komm Oh, hast du's grad gesehen? Da stand grad Kombination zurücksetzen Das heißt, es gibt noch drei solcher Fights Im Übrigen Hier geht's Hier geht's Geh! Es gibt noch drei solcher Fights, drei solcher Fights. Oh, man. Was ist das? Das ist neu. Zum Glück gibt es keine Hexen. Oh, bitte jinx das nicht. Bei einer anderen Kombinations-Fight kommen ein-million-prozentig Hexen. Aber nein, das ist nicht notwendig für die Story. Ist es nicht. Aber für Platin. Aber für Platin. Und da sieht man auch, Schmelztiegel, 8 von 15. Das heißt, wir hätten jetzt den Kombinationskampf, das wäre 9. Dann müssen wir vielleicht die Außenbeiden kombinieren. Das sind dann 10 und 11, 12, 13, 14, 15. Also wir haben noch eine ganze Menge Kämpfe vor uns. A pail of water? Äh, Portalo. Hä? Nach der Karte ist hier noch... Achso, das ist wahrscheinlich eine Markierung in einer anderen Welt. Was ist 새�kind? Und dann geht es da das Mitbote. Was ist das? Was ist das?